Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von This All Net 2. So, wir haben es geschafft. Er schläft wieder super. Mit dem Kopf im Sand. Hey, die kann man blüntern. Ups, äh, falsche Taste. Ich habe es gewusst, ich werde mich verdrücken. Das war wieder so klar hier. So, das war so klar hier. Gibt es hier noch Wachen? Der Wald glaube ich nicht. Wie der schläft, ne? Das kann sowas von nicht bequem sein. Ich würde gerne da rauf. Hast du irgendwas? Yeah. Gut. So. Hier haben wir einen Stromkasten. Äh, das nehme ich gerne mit. So. Können wir hier was... Ja. Jetzt müsste das theoretisch, äh, entschärft sein, oder? Haben wir da so zufälligerweise... Schau, hätten wir sogar ein Kabelwerkzeug. Muah. Dann machen wir's kaputt, oder? Geht's überhaupt noch zum kaputt machen? Nö, ne? Manipuliert ist er. Kann man nur mehr schließen, mehr kann man nicht machen, ne? Ist auch recht. Oder haben wir's eh gemacht mit dem Kabelwerkzeug. Na, passt schon, ne? Wir hatten ja von dem vorigen Level... ...wenn wir die Sachen mitnehmen dürfen. Ich glaube schon. Was hab ich gemacht? Oh Gott. Ich dachte, da gibt's keinen mehr. Okay, da ist eh niemand. Ähm. Was? So. Äh, ich ruf mal die Mami. Ich sehe Korruption. Sie zwinkert dir zu. Verspricht Reichtum und Macht. Hä? Hat mir noch nie jemand gefragt. Ist der jetzt weg? Okay, ich muss irgendwie da rüber, ne? So. Okay. Ähm. Oder auch nicht. Irgendwie sollte ich da rein, ne? Aber da gibt's irgendwie weder Tür noch sonst irgendwas. Ich kann mir echt nur forschen, dass wir da durch müssen. Dafür werde ich jetzt mal wieder kurz speichern tun. So. Dahin. Und... Jo. Passt. Und... grün ist es. Ich hoffe, mir passiert nichts. Ja. Gott sei Dank. Aha. Der nächste Wind kommt. Ich hab schon... ...ein bisschen Zeit verbraucht. Gibt's da irgendwas für uns? Nö. Ein Knochenfragment soll irgendwo sein. Okay. So wie es ausschaut, dafür auch keine Wachen. Na, wie's die Megan hier durchgeschafft hat, ne? Als wär's hier von den Programmierern einfach so hingesetzt worden, ne? Dass sie jetzt einfach da ist. Mann wär das praktisch, oder? Jetzt ist die Rune da dahinter da. Und können wir da von da aus immer kommen, ne? Ach so. Freilich. Einfach hier rufen, ne? Ein anderer Flamm. Die Rückkehr nach Dunwall hat Erinnerungen geweckt. Fast vergessen. Ist das die Megan? Für die Selbstgespräche schon wieder. Die müssen irgendwie runter, ne? Look, look. Die Megan ist echt da. Jo, wir haben sie gefunden. Hallo. Servus. Das hab ich mir schon gedacht. Ich habe mich erkundigt. Mit Leuten gesprochen. Die Aufseher und die Heuler haben den Bezirk aufgeteilt. Vor uns ist neutraler Boden, wo sie niemand angreift. Aber dahinter haben die Heuler und Aufseher ihre Grenzen gezogen. Und sie werden angegriffen, sobald sie für sie in Sichtweite sind. Aramis Stilton ist das eigentliche Ziel. Sokolov sagte, sie hätten eine Idee. Ja. Ich denke, wenn sie Paolo oder Vize-Aufseher Byrne ausschalten, wird ihnen der andere sicheres Geleit und Zugang zu Stiltons Haus gewähren. Neutralisieren sie einen der beiden und bringen sie ihn jeweils zum anderen. Was wissen Sie noch, was helfen könnte? Byrne wird von den Aufsehern beschützt. Paolo hat die Heuler und eine Art schwarz-magisches Artefakt. Angeblich muss er vor Sonnenuntergang zweimal sterben. Sonst lässt er sich nicht töten. Viel Erfolg. Dann, glaube ich, nehmen wir den anderen. Ne? Dann nehmen wir den anderen. Wenn der Heuler nämlich so ein schwarzes Knochen-Dingens hat. Boah, das wäre aber echt cool. Wenn man uns erst zweimal töten müsste, bis wir wirklich hin sind. Das wäre echt praktisch. Also, ich würde das begrüßen. Ich würde das sofort haben wollen. Vielleicht vermacht das uns ja. Hallo! Ich will einen Stock tiefer, wenn das möglich ist, weil... Rüne und so... Was haben wir denn da? Traurige Kunde. Agatha, du errätst vermutlich den Anlass für diesen Brief. Er ist gestern Nacht gestorben. Es schien ihm besser zu gehen. Er nahm etwas Brühe zu sich. Klein Earl brachte ihn sogar zum Lachen. Aber das Lachen wurde zu Husten, der dann eine Stunde lang anhielt. Und dann plötzlich aufhörte, als ob er keine Kraft mehr hätte. Dann würgte er etwas Schwarzes hoch. Auch aus der Nase kam es heraus. Ich habe versucht, ihn alles abhusten zu lassen, habe ihn auf die Seite gedreht, ihm auf den Rücken geklopft, dann gekochte Zwiebeln auf die Brust gelegt. Aber es hatte keinen Zweck. So ist er gestorben, mit hervorquellenden Augen und überall dieses schwarze Zeug. Ich ziehe mit den Kindern nach Redmoor. Wir hätten nie herkommen dürfen. Jillian. Jillian. Lilian? Jillian? So irgendwie? Ja. Jillian. Da müssen wir auch hin. Bist du ein Porträt zum Mitnehmen? Nein. Nur ein Gesicht. Da kann man nirgends rein. Gut. Mamilein? Achso. Mamilein, ja. Soviel zu Mamilein. Wir müssen noch dort, 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 dort hinter und unter uns. Entschuldigung. Kommt schon wieder der Wind. Ich denke, ich sollte mal speichern, gell? Ja. Spiel speichern, bitte. Dahin und okidoki. Jo. Und weiter geht's. Luk, luk. Luk, luk. Kommt man hier irgendwie rein? Bäh. Bestimmt kommt man da irgendwie rein, aber wahrscheinlich wieder nicht so. Oh. Wahrscheinlich wär da oben schon richtig gewesen, ne? Da drüben steht schon wieder so ein Hampelmann. Dreck. So, wie kommen wir da hin? Ich will die deppete Rune haben. Du, hilf mir mal. Rune und so. Huuui. Das ist vernagelt. Kann ich das wieder mit Domino herholen? Muss ich dafür die Komode wieder kaputt machen? Noch weiter rauf wird eher nichts bringen, denke ich mal. Ich kann eigentlich aufstehen. Ja, Sakelzement. Von da drüben irgendwie her kommen sie, ne? Äh, warte, ducken. Ja, die Birne angehauen. Sehr schön. Von da irgendwie rein? Hm. Nicht so wirklich, oder? Na, na, das wird schon so sein. Großartig, ne? Das ist ja wieder super. Da muss es echt von oben, irgendwie von der anderen Seite oder so. Ah, da kommt schon wieder... Na, super, das lässt er mich nicht raus, ne? Komm, reng mal. Sehr brav. Der Wind ist schon fast unheimlich, oder? Wow. Wie kommt man zu dieser Rune? Das ist echt interessant. Hm. Vor allem, weil hier mal alles zu ist, eigentlich, ne? Vielleicht von hier unten. Da, auch was? Hm, lecker. Ja, soviel von zu hier unten vielleicht. Nö. Hm. Hm. Ha. Oh. Hi. Scheiße. Hoffentlich brauche ich dazu nicht die Mäuschen. Also die Ratten halt, ne? Das gibt's ja nicht. Kann ich das nicht irgendwie eintreten, oder so? Ah, ja. Kann ich das wieder erschießen? Na, war klar. Hm. Keine Ahnung. Na, das wird halt auch nicht stimmen. Wieso? Du Mistding. Wurde schon rüber. Ja. Na, muss definitiv von da drüben irgendwie reinkommen, ne? Also um die Ecke. Es muss wirklich da oben irgendwie bei ihrem Zimmer oder so. Vielleicht gibt's dann, keine Ahnung, Luftschacht oder irgend so was. Was weiß ich. Da steh ich. Da steh ich, glaub ich, ne? Da bin ich echt ein bisschen überfragt. Moin, sie hat Setzlinge gemacht. Wie könnte das gehen? Wie könnte das gedacht sein? Wie könnte das gedacht sein? Es ist soweit auch kein Fenster offen. Es ist auch keine Tür offen. Tja. Das ist echt ein Topfen. Das ist echt eine blöde Geschichte. Das gibt's echt nicht vielleicht unterirdisch irgendwie rein. So eine Art Keller. Das wär jetzt echt fies, wenn's so wär. Na ja, momentan, ich weiß nicht. Hm. So vielleicht. Einfach rohe Gewalt anwenden. Ich bin viel zu soft. Ich bin viel zu soft. Ich muss das abstellen. Nur noch rohe Gewalt. Spitzhacke. Ja, oh, das wär ein guter Ansatz. Ja klar, natürlich ist er draußen, weil sie in der Tür drin ist. So, bitteschön. Haben wir schon den Dreck. Äh, was? Ja. So, einfach rohe Gewalt. Kann man da auch noch die Fenster? Nein. Hm, gut. Haben wir schon. Mamilein. Der Nächste, bitte. Ach, du Heilige. 84. 51. Der hört sich nicht schlecht an, ha? Upsa. Für, 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 für. Dann mal 120. 107. 82. Ich will sagen, den da. Aha, da kommt schon der Wind. Aha, der ist da drüben irgendwo. Wo ist das? So. Ah, Fliegeblut. Ja, ja, ist schon gut. Au. Der hat ein Blutstein. Wusch, komm her. Ups, pssst. Nicht so laut. Emily. Man hört uns doch. Wusch, wusch. Wusch, wusch. Das kann man auch kaputt hauen. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Und da. Die nächste Rühne. Hurra. Die nächste Rühne. Die Rühne, Rühne. So, Mamilein. Du bist wieder dran. Aha. Aha. Die nächste Rühne. So. Das da. Gibt es hier noch irgendwas? Gab es hier noch was von Wert? Nö, ne? Nur die Rühne. Die Rühne, Rühne, Rühne. Oh, du Rühne. Du böse, böse Rühne. So, ja. Moment. Ich könnte doch mal kluschen. Wie weit sind wir denn eigentlich mit unseren Rühnen? Wie viele haben wir denn? Sieben. Ui. Sieben. Da wäre mir die Fähigkeit extra gar nicht mal so unlieb, dass man vier verbinden kann. Bitte. Ja. Vielleicht kriege ich es ja noch irgendwie hin, dass ich kein ganzer Mörder bin, nur ein halber. Ah, ja. So, was hält man denn noch Schönes? Die haben wir schon. Was ist denn das? Doppelgänger. Schatten von dir, der Gegner anlockt. Strategische Hinweise. Dein Doppelgänger lenkt die Aufmerksamkeit von dir ab, indem er vor Gegner flieht. Gegner, die deinen Doppelgänger zerstören, gehen davon aus, dass sie alle Bedrohungen innerhalb des Bereiches ausgeschaltet haben und wechseln in einen niedrigeren Alarmzustand. Dein Doppelgänger löst genau wie du Sicherheitssysteme aus und zieht feindliche, gesinnte Tiere an. Was haben wir da? Ach so, das ist wegen da oben, ne? Ich müsste das auch mal anklicken. Verwirrender Schatten. Dein Doppelgänger verwirrt deine Gegner, während er verschwindet. Wenn dein Doppelgänger zerstört wird oder verschwindet, hinterlässt er eine Wolke, die Gegner einige Sekunden lang außer Gefecht setzt. Oh. Aha. Tödliche Schatten. Naja, das hört sich nicht so gut an. Beschwör einen Doppelgänger von dir, der Gegner bekämpft und töten kann, wenn er unentdeckt ist. Na, das will ich nicht haben. Was haben wir da? Austausch. Tausche Platz mit deinem beschworenen Doppelgänger. Visiere deinen Feind einen Doppelgänger an und drücke F um... Falsch. Visiere deinen eigenen Doppelgänger an und drücke F um mit ihm die Plätze zu tauschen. Weiß ich nicht. Da gefällt mir das ehrlich gesagt besser. Da will ich das schon ehrlich gesagt skillen. Ja. Das ist mir schon wert. Was hat der da? Tödlicher Schatten erforderlich. Ach so. Okay. Na gut. Was haben wir noch hier bei dem Äuglein? Nachtsicht. Verbesserte Nachtsicht. Du erkennst Objekte und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch. Neben Lebewesen sind auch Objekte und Sicherheitssysteme durch Wände hindurch sichtbar. Dies macht es einfacher ein Gebiet nach Ressourcen und Missionsgegenständen abzusuchen oder Sicherheitssysteme und mechanische Gegner zu deaktivieren. Und da? Vorahnung. Zeigt feindliche Routen und ihr aktuelles Ziel an. Ja das muss auch nicht unbedingt noch sein. Was haben wir da mit dem hier? Das braucht vier. Gegner ziehen. Ah ja das hätte ich gern gehabt. Ja. Nicht genügend runen. Ja da hast du recht. Mir fehlt eine. Ziehe Gegner zu dir und tötest sie oder setze sie aus dem Gefecht während du in der Luft bist. Nicht heimlich. Nicht heimlich? Achso. Während du in der Luft bist. Mhm. Nein. Muss vielleicht auch nicht unbedingt sein. Was kann das? Schattengang. Nimm für kurze Zeit eine schlechte sichtbare Gestalt an. Beim Schattengang nimmt deine Sichtbarkeit ab. Habe ich auch zu wenig aber ist wurscht. Wodurch Gegner dich schwer entdecken können, aber kommen ihnen nicht zu nahe, da ein wandelnder Schatten Verdacht erregt. In diesem Zustand hast du außerdem die Möglichkeit einen einzigen Gegner zu ermorden oder außer Gefecht zu setzen, bevor du zu deiner körperlichen Gestalt zurückkehrst. Ich glaube einmal, ich lasse das so. Und versuche mal da oben die nächste Rühne zu bekümmeln. Rühne, Rühne, Rühne. Was bist denn du? Ein toter Körper. Ja, was für einer. Mit Brille. Achso, wegen dem Sand, ne? Das sind ja nicht in die Augen und so. Ich kümsche mit, wie das gedacht ist. Wer knurrt denn da? Das ist ein Trick, den ich lernen muss. So war es nicht. Nindy sagt, dass er die Hand einer Alten hat. Was? Naja, auf jeden Fall da oben, glaube ich, irgendwo müsste noch eine Rühne sein. Dann gehen wir doch mal da aufschauen. Ich schleiche lieber mal ein Stück. Was? Aha. Okay, viel später vielleicht. Irgendwo da drüben. Aber ich schaue trotzdem mal, was wir hier noch hätten. Hätten wir hier noch irgendwas von Wert für uns? Ah, bloß Pfeilis. Und was bist du? Wascherhahn. Ansonsten ist da tote Hose. Ne? Ja. Hier, ein Härtelein. Ein Hörtelein. Ein Wein. Ja. Kann ich stehen? Hören tut man mich normal nicht mehr. Normalerweise. Tut man mich nicht hören, tu. Mhm. Okay. Darum ist nichts mehr. Hier sind nur ein paar Kisten. Mehr nicht. Okay. Das heißt, sie müssen hier raus. Ich muss hier raus. Bäh. So, ist das hier schlau so, was ich hier mache? Ich schwein' dir nur noch Fisch. Vielleicht hat sie recht. Sollte ab und zu Zähne putzen. Alter. Ich dachte, hier wär was Besonderes, ne? Was für ein Geschrei. Das hier ist nur eine Sackgasse. Sehe ich das richtig? Das hier hat gar nichts. Da ist gar nichts. Okay. Psst. Nicht so laut. Na ja. Tja, das... Also, dann geht's da nicht weiter und so, ne? Wow. Dann muss ich hier raus. Und irgendwie versuchen, da rüber zu kommen. Wo ich nicht so genau weiß, wie ich das anstellen werde. Kling, kling. Kling, kling, sting. Ist da ein Steinchen? Hm. Kein Steinchen. Nein. Aha. Da kommt der nächste Wind. Was haben wir denn da? Nix. Die ist blockiert, die Tür. Okay. Wahrscheinlich auch mit Absicht ein bisschen blockiert. Okay, da hinten wär nix versteckt. Ich dachte nur... Toll, jetzt ist die Tür blockiert. Jetzt komm ich da nicht raus. Ich ersteche die Tür. Bäh. So, und jetzt? Was jetzt? Wohin jetzt? Wieder da raus? Und probieren, um die Ecke zu kommen. Ist das ein Freund oder ein Feind? Ich hab keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall mal speichern. Weil wir doch ein Stückchen weiterkommen sind. Insgesamt, ja. So. Und den Spielstand will ich nicht versauen. Ich tue es wahrscheinlich sowieso, aber ich will es... Feindliches Gebiet. Das heißt, es sind alles Feinde hier. Das heißt, es ist ein Freund, um die Ecke zu kommen, 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 um die Ecke zu kommen. Ist der jetzt verbunden? Ich hab keine Ahnung. Jetzt. Drei. Ey. Ah, lol. Den erwische ich jetzt nicht, oder was? Ach, kannst du dir mal nix aus? Oh, shit. Wah. Wer sieht mich denn jetzt bitte hier? Ich will ja nur den da unten erwischen. Ja. Geht ja. Das müssen jetzt vier Verbundene sein, ne? Achso. Aha. Lol, dann löst sich das echt auf. Aha. Na, supi. Ich werde mal Mana, ein bisschen Mana trinken. Wow. Hä? Wie geht denn das jetzt? Eh, wo ist die Versauss? Wie geht denn das jetzt? Wieso sehen die mich jetzt... Verdammt noch mal. Und der Part ist auch zu Ende. Na schön. Das heißt, im nächsten Part darf ich mich da weiter ärgern, ne? Ärgern nicht. Na, ist falsch gesagt. Weiter probieren darf ich. So. Bis wir zunächst ein Rune kommen tun. Rune, Rune, Rune. Fein. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.